Hallo und willkommen zurück bei The Long Dark. Ja, wir sind jetzt bei der Episode 3 und sind im Abschnitt... Moment, gucken wir genauer. Folgen. Die aktuelle Mission ist also Folgen. Und ja, was müssen wir denn genau tun? Wir schauen einfach mal... Oha. Moment. Nein, das sind alte Ziele. Die brauchen wir jetzt nicht. Oder... Moment. Wir schauen. Ah ja, jetzt. So. Du hast die Leute in Thompsons Wegekreuz versorgt und beruhigt. Deine Arbeit im Gemeindezentrum ist getan. Erledige alles, was du noch tun musst, bevor du das idyllische Teil verlässt. Ah ja. Okay. Das heißt, so wie es aussieht, werden wir jetzt... Ach ja, Moment. Die Karte. Die Karte. Die Karte, die wir bekommen haben. Wo haben wir sie? Okay. Das ist sie. Da haben wir sie. So. Die werden wir auch mal untersuchen. Ups, 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 ups. Bisschen zu hastig war das. Moment. Okay, also. Gut, das sieht mir aus, als ob wir bis da hinten laufen müssen. Denn hier haben wir einen Berg. Ja. Naja, gut. Okay, dann kommen wir hier raus. Oder wahrscheinlich raus. Und das hört sich doch schon mal ganz gut an. Ja, versorgungstechnisch würde ich sagen, bin ich ganz gut ausgerüstet. Bis auf eine Mütze. Mütze haben wir nicht. Die können wir aber auch herstellen. Äh, Moment. Ja, ich habe sie eben schon gesehen. So, improvisierter Kopfwickel. Joa. Wie es aussieht, können wir sogar herstellen. Und dann legen wir mal los. Okay. Dann sollten wir das jetzt ja im Gepäck drin haben. Oder zumindest ausrüsten können. Moment. Halt sie. Da. So. Das sieht doch gut aus. Joa. Ziehen wir mal an. 100%. Okay. Joa. Schön. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir mal zu, dass wir zusehen. Und hier wegkommen. Okay, Leute. Ciao. Bis demnächst. Man sieht sich. Ah. Das Telefon. Okay. Hallo, Molly. Wow. Ich habe eine Begründung. Ich habe eine Begründung. Ich habe keine Begründung. Ich habe eine Begründung. Ich möchte etwas wissen. Warum hast du so hart gearbeitet, um zu helfen, zu helfen, die Menschen zu helfen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sie würden. Du wahrscheinlich arbeiten jeden Tag, jeden Tag. Du wirst deinen Schein um die Leute zu helfen, um die Kinder zu helfen, oder zu recherchieren, oder was es, was du machen. Hat jemand wirklich bemerkt? Ich bin nicht sicher, aber ich mache es nicht für das. Ich mache es nicht für das, weil du keine Ahnung hast. Was ist das, wirklich? Ich könnte etwas sein, auch. etwas mehr als eine Farmer's Wife. etwas mehr als eine Cattlemann's Daughter. Ich bin sicher, du könnte es, Molly. Ich könnte mich etwas sein. Ich könnte etwas sein, aber ich lasse ihn. Ich lasse mich klein sein, damit er sich fühlt wie jemand. Ich habe alles für ihn. Und er, ich nicht überhaupt existiert. Ich lasse ihn, ich mache mich klein. Lass als nichts. Was ist das, Molly? Ich verstehe. 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 Es gibt verschiedene manchen. Manche manchen, manche manchen. Manche manche manchen. Manche manche manche. Manche manche. Ich habe gesagt, die Wolfen hat sie. Ich habe gesagt, dass ich etwas sagen kann. Was hast du gesagt, Molly? Es ist eine alte Radio-Tower. Auf der Bühne, über die Hände, auf der Bühne. Manche manche die Tower auf meiner Bühne. Manche manche manche. Ich weiß nicht, ob man es funktioniert. Aber die Radio-Tower wäre gut genug, um die Perseverance-Mille zu erreichen. Manche manche über deinen Mann. Das herzliche, was er hat. Das herzliche, was er hat. Ein Radio? Aber warum hast du so lange warten, um mich zu erzählen? Ich wusste nicht, ob es funktioniert. Und ... ... auch ... ... die Frau wird hier verleicht. Ich glaube. Es war schön, jemanden zu sprechen. Okay. Also, ich würde sagen, beim letzten Telefonat wurde Molly auch schon gefragt, wer denn das getan hat. Und, naja. Ich meine, sie sagte, die Wölfe waren es. Jetzt gehen wir erstmal raus. Schauen dann nochmal schnell auf die Karte. Beziehungsweise, so wie es aussieht, haben wir ja jetzt noch eine Aufgabe dazu bekommen. Und, jo. Mit dem Funkgerät. Das war jetzt so gar nicht auf meinem Plan. Aber ... Oh! Auch das noch. Nein! Okay, Karte raus. Wir gucken. So. Folgen. Ja. Ah, ja. Das war doch vorhin nicht eingezeichnet, oder? Oder habe ich sie übersehen? Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist das tatsächlich unsere Aufgabe. Na gut. Dann brauchen wir die Karte also jetzt erstmal noch nicht. Und dann sehe ich mal zu, dass wir dort hinlaufen. Und das im Sturm. Oh, oh. Nicht so gut. Moment, bin ich hier überhaupt richtig? Halt. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ja. Definitiv. Dann müssen wir das natürlich ändern. So. Oh. Das müsste doch eigentlich der richtige Weg jetzt sein. Wir schauen mal schnell nach. Ja. Und ... Der kürzeste Weg wäre natürlich ideal. Hm. Ja. Aber auch der Sturm hier muss ich sagen. Also sehr schön gemacht alles. Ja. Oh. Was ist das? Oha. Hört ihr das? Wie das wackelt? Und rumpelt? Oh. 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 Moment. Äh. Da. Da lang? Komm ich da lang? Ja. So. Was? Oh nein. Nicht doch. Schon wieder. Oh. Dann gehe ich mal hier gleich in die Ecke noch besser. Ja. Ja. Komm. Ja. Ist doch bestimmt. Ja. Ah. Oh. Nein. Ist ja gar nicht geladen. Oh nö. Völlig unvorbereitet. Völlig unvorbereitet. Das gibt es doch gar nicht. Nicht noch einer. Doch. No. Und? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Oha. So. Ja. Das sah schon ganz gut aus. Das sah schon ganz gut aus. Aber treffen will ich ihn trotzdem nicht. Nach Möglichkeit. Oh. Okay. Aber die Gefahr ist weg. Ui. Oh. Schnell. 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 Lauf. Oh. Uiuiui. Okay. Okay. Also hier haben wir sehr viele Wölfe bzw. Wolfangriffe. Und ich muss sagen es wird immer spannender. Und das wo wir einen Episodenfortschritt von. Oh. Was war das? Okay. Episodenfortschritt von 70% haben. Das heißt eigentlich passiert ja nicht mehr so viel. Aber wir haben nicht mehr viel Schuss sehe ich gerade. So. Lauf. 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 Wo sind wir? Joa. Der Weg ist noch gar nicht. Ist noch relativ weit finde ich. Na. So. Und ich während des Laufens eigentlich auch nachladen. Oder könnte ich? Hm. Gute Frage. So. Laufen. 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 So. Aber stellen die Karte auf. Ich vergesse immer wieder mit der Taste M, komme ich ja auch an die Karte. Aber. Ja. Ich mag Hälte auch nicht. Ja. Die frieren irgendwie ganz schön dulle schon. also dass die temperatur sehr gering ist die wir haben vielleicht kommen wir ja noch an bevor uns zu kalt wird ja hier kriegen wir niemals ein feuer an und ich höchste stöcker sammeln und ja ich habe aber kein stoff zu wenig stoff diesen unterstand bauen aber da weiß ich auch gar nicht ob ich dann warm werden würde lauf 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 ja ja ich weiß ich weiß das haus das haus ja das müsste doch die scheune gewesen sein wenn ich mich recht entsinne ja genau die scheune ist sehr gut dann gehen wir kurz in die scheune rein werben uns auf ich hoffe das funktioniert und dass wir auch ankommen bevor wir erfahren sind ja hier hat man schon mal vorher gemacht vor einigen folgen und ja fast geschafft und mussten uns ein wenig aufwärmen ich weiß auch ganz praktisch einfach die zeit wissen warum kriegen und moment jetzt lieber noch mal gucken ja wir sind eigentlich so gut wie da ja sehr schön ich weiß gar nicht ob ich genügend holz hätte wenn ich hier drin feuer machen könnte und erstmal rein weil dann wird uns zumindest nicht noch kälter ja der liegt da auch noch rum okay was machen wir denn da so schauen wir mal rein nichts gut man war also schon geplündert wir können feuer machen juhu wir können feuer machen juhu nehmt man an zu naja sehr schön fix aufwärmen und dann ab viel haben wir nicht egal alles rein hauptsache dass es schnell warm wird hier ne ne kochen oder haben wir was zum kochen dabei bin mir nicht sicher äh oh ja das sieht gar nicht so gut aus das sieht richtig unschön aus sogar äh kriegen wir das irgendwie im griff moment ja auf jeden fall schnell wärmen ah moment ne ne von dem kriegen wir kein fleisch nicht so dramatisch würde ich sagen die war leer oder wie leer könnte ich da überhaupt was machen ne nur schon verlassen okay gut ein hörer können wir aber nichts machen hm gut 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 die wärme steigt und umso näher wir rangehen umso wärmer wird es das ist auch sehr gut muss ich das von hier noch verbrennen ah ne noch mehr geht wohl nicht gut auf jeden fall die zeit ein bisschen rumkriegen das bedeutet wir gucken mal in der tasche nach ja ja unter kühlungsrisiko können wir hier noch irgendwas reparieren das sieht eigentlich alles ganz gut aus die kann ich leider nicht reparieren ich habe kein leder und das ist auch noch in ordnung nö alles soweit okay würde ich sagen ja da macht man nichts okay reicht die wärme aus karte auf einfach gucken ja das ist naja naja also die entfernung und ich habe keine ahnung wie ich da hochkomme wir müssen ja wieder irgendwo auf den berg hoch also wahrscheinlich hier so lang und was uns nebenbei noch erwartet wissen wir auch nicht also einen moment warten und dann wollen wir doch mal schauen reicht uns das vielleicht sogar schon wie sieht denn die tageszeit aus ja wir sind noch im vormittagsbereich und ich laufe jetzt einfach los egal ja das wird das muss gehen vielleicht ist der sturm auch weg dass ich das nur angehört hat nein der ist natürlich nicht weg das machen die doch hier mit absicht würde ich sagen so lauf 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 die richtung sieht gut aus hier lang ja im sturm sieht man natürlich nicht wirklich was was natürlich bedeutet den turm nicht zu sehen ist ziemlich hinderlich finde ich ja da sind wir aber noch ziemlich weit weg doch noch mal hier lang ja 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 ich glaube ich hätte doch länger warten sollen okay jetzt in die richtung wenn es denn geht und es geht nicht das ist nicht gut wie komme ich da hoch tja hier kommt doch niemals hoch oder das geht nicht schlecht aber hier nicht weiter das wird so nichts ab zurück zur scheune ich glaube das bringt so nicht gut oder eigentlich ja weniger gut sollte sie noch schnell verarzten ja 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 wir werden holz gebrauchen ne den zweigleiter ne 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 da vergeht zu viel zeit das ist nicht gut und moment die scheune ja 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 wir sind gleich da ja da ist es gut hervorragend wir sind wieder da wir können uns aufwärmen verarzten alles ist schön ja das alles das werde ich nebenbei auch noch tun allerdings würde ich sagen dann machen wir in der nächsten folge weiter das würde sonst zu lange werden also bis zum nächsten mal ciao 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 ciao